Ein Hallo und herzlich Willkommen hier bei Metalizer zu Frozenheim. Ich habe Frozenheim bereits kurz vor dem Release, also jetzt wenn das Video online geht, ist die finale Version 1.0 raus, schon ein wenig spielen dürfen. Und ja, ich habe damals tatsächlich zum Beginn des Early Access auch einen Test für die GameStar geschrieben, also einen Early Access Test zu Frozenheim. Und habe dem Spiel relativ viel Potenzial zugeschrieben. Und wie gut oder wie, ja doch, wie gut Frozenheim jetzt eigentlich tatsächlich ist, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ich muss dazu sagen, ich habe noch den Hinweis bekommen von der PR-Agentur, dass noch nicht alle Übersetzungen vollständig sind. Also wundert euch nicht, wenn zwischendurch nochmal ein paar Texte auf Englisch da stehen werden. Deutsch, also eine deutsche Vertonung wird es nicht geben, soweit ich das zumindest richtig gesehen habe. Was aber auch grundsätzlich vollkommen legitim und fein ist aus meiner Sicht. Die englische Vertonung, es gibt so ein paar Cutscenes und Sequenzen, die vertont wurden. Klingt ziemlich cool, passt auch, aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig für das Erleben der Story. Also von daher müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Und Frozenheim ist ein Echtzeit-Strategiespiel mit einem Wikinger-Setting. Wir bauen uns eine Wikinger-Siedlung auf. Wir haben verschiedene Gebäude, wir haben verschiedene Einheiten. Wir müssen Nahrung beschaffen, verschiedene Ressourcen. Also man kennt es so ein bisschen, schon so aus anderen Strategiespielen grundsätzlich. Unsere Einheiten haben aber auch besondere Fähigkeiten. Und wir sind jetzt hier gerade im Tutorial. Und es gibt auch noch eine kleine Besonderheit. Und zwar habe ich zum einen von den Entwicklern ein Key zum Spiel bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür noch einmal. Und außerdem habe ich noch zwei Keys für die Vollversion, also für Frozenheim, noch zum Verlosen. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt, ist eigentlich ganz simpel. Ich war mir überlegen, wie ich es am einfachsten mache. Aber ich habe bei mir auf dem Discord eine Verlosung der zwei Keys gestartet. Und ihr findet in der Beschreibung des Videos den Link zum Discord von mir. Da kommt ihr rein und dann könnt ihr ganz einfach am Gewinnspiel teilnehmen. Es sind auch immer wieder mal nette Leute unterwegs im Discord. Wir haben einen schönen Hardware-Channel, wo wir über alle möglichen Sachen auch neben Hardware sprechen. Ja, wobei dafür gibt es ja nicht nur den Hardware-Channel. Aber naja, never mind. Schaut gerne vorbei. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, in Frozenheim gerade im Tutorial drin. Wir sind mit unseren Kriegern. Die haben wir gerade losgeschickt, haben schon ein bisschen gekämpft und müssen jetzt auch auf ein Langboot rauf. Und gegen ein anderes feindliches Langboot kämpfen. Und ja, es gibt Schiffskämpfe in Frozenheim. Allerdings weiß ich nicht, ob wir uns hier gerade einen Bug anschauen. Denn die feindlichen Soldaten hatten irgendwie keine Lust groß zu kämpfen. Also die haben sich relativ einfach abschlachten lassen, was ich ein bisschen merkwürdig fand. Aber gut, es gibt natürlich nachher auch später noch wesentlich größere Kämpfe zur See. Und wir müssen jetzt hier ein Stück Land einnehmen, beziehungsweise mit unserem Langboot dort landen. Wir können natürlich klassischerweise auch die Geschwindigkeit vorspulen, verlangsam pausieren. Es gibt einen echt coolen Fotomodus. Den sehen wir nachher auch nochmal im Detail. Und ja, das Tutorial führt uns wie gesagt in die Grundlagen ein. Wir haben jetzt hier das Haus des Jarls. Das ist eines der wichtigsten Gebäude, oder das wichtigste Gebäude. Unser Haupthaus sozusagen. Und wir müssen natürlich auch, wie es sich für ein Strategiespiel gehört, auch natürlich ein bisschen Städtebau betreiben. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, neben Kämpfen auch eine reine Städtebaupartie zu machen. Das heißt, wir können unsere Wikinger-Siedlung frei nach Belieben aufbauen, größer machen, ohne großen Kämpfe verwickelt zu werden. Das gibt es neben der Kampagne nämlich auch noch hin. Es gibt auch einen Multiplayer-Modus. Das heißt, ihr könnt auch gegen Freunde antreten und dort bestimmen, wer denn der beste Wikinger-Jarl ist, beziehungsweise wer der beste Jarl in euren Reihen ist. Das ist problemlos möglich. Wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt Gebäude. Und Gebäude brauchen zum einen Arbeiter. Die können wir relativ einfach mit einem Klick zuweisen. Wir können auch die Alt-Taste gedrückt halten tatsächlich und dann Arbeiter direkt über so ein Kontextmenü hinzufügen, was eine ziemlich coole Option ist vom Interface. Ja, generell ist das Interface sehr schön aufgebaut, wie ich persönlich finde. Wir haben jetzt unsere Holzfänderhütte, da schicken wir Arbeiter rein. Und auch im Gebäude des Jarls brauchen wir Arbeiter, die Sachen und Waren transportieren. Also beispielsweise von der Holzfänderhütte abholen und im Lager, beziehungsweise hier im Heim des Jarls, dann zwischenlagern. Es gibt bei allem auch immer noch die Möglichkeit, ein Arbeitsgebiet festzulegen. Und neben Holz brauchen wir natürlich auch Nahrung. In dem Fall eine Fischerhütte. Und wir sehen jetzt hier auch beim Platzieren des Ganzen, wo diese Fischerhütte hinpassen kann, wo wir sie hinbauen können. Und die generiert dann Nahrung, sofern wir Arbeiter zugewiesen haben. Arbeiter wachsen natürlich nicht auf Bäumen. Das wäre natürlich sehr schön. Aber wir brauchen die Bäume, um Häuser zu bauen. Und in diesen Häusern leben dann unsere Bewohner. Und das Interessante ist, Gebäude, also Wohngebäude, können auch Boni kriegen. Wir bauen auch gleich nochmal ein paar Wohnhäuser. Jetzt brauchen wir aber erstmal eine oder die Gilde der Sammler. Denn die Sammler sind dazu da, um jetzt zum Beispiel Renneisen oder Rennerz und Steine einzusammeln. Was wir, oder beides brauchen wir für den Ausbau unserer Siedlung. Und ihr seht schon, wir haben hier auch verschiedene Einheiten. Die habe ich jetzt erstmal so vorne platziert. Und man kann auch relativ nah ran zoomen. Also die Grafik ist, wie ich finde, sehr schön, sehr stimmig. Es gibt verschiedene Jahreszeiten. Und auch unsere Wikinger oder unsere Dorfbewohner platzieren Wege. Also wenn sie Wege gehen und laufen, dann entstehen da so kleine Trampelfahrer drauf. Und die bleiben auch über den Laufe der Zeit hin erhalten. Das finde ich sehr schön. Man muss also keine Straßen selbst platzieren. Wir können hier jetzt dann Häuser bauen. Die Häuser können wir, oder generell alle Gebäude, die wir bauen können, können wir rotieren mit dem Mausrad. Wir können aber auch Shift gedrückt halten, um dann ein Snapping zu aktivieren. Und das ist ziemlich cool gemacht. Denn dann snapt das nächste Gebäude automatisch mit ran. Das geht nicht nur bei Wohnhäusern, sondern auch bei anderen Gebäuden. Wenn ich jetzt hier anstatt an einem Wohnhaus beispielsweise einen Brunnen ran klemmen möchte, kann ich das einfach machen und der zeigt mir direkt einen Snapping Point an. Ich brauche jetzt aber tatsächlich, das habe ich nämlich komplett vercheckt, das Tutorial wollte von mir, dass ich fünf weitere Häuser baue und nicht fünf Häuser. Habe ich ein bisschen übersehen. Und dementsprechend, ja, hole ich das dann gleich nochmal nach. Unsere Dorfbewohner haben natürlich auch eine Zufriedenheitsskala. Und diese Zufriedenheit richtet sich zum Beispiel danach, ob wir in der Nähe einen Brunnen haben, ob eine Hütte des Heilers in der Nähe vorhanden ist und so weiter. Also es gibt mehrere Sachen, die die Zufriedenheit der Bewohner beeinflusst. Sie kann natürlich auch ins Negative wandern. Und dementsprechend sollten wir immer schauen, dass unsere Dorfbewohner zufrieden und glücklich sind. Jetzt haben wir hier die Halle der Ältesten. Dort ist es so, dass wir uns für einen Clan entscheiden können, also für eine Richtung sozusagen, in die wir gehen wollen. Also wollen wir eher Krieger sein, wollen wir Sammler sein, wollen wir Erkunder sein. Das alles können wir definieren. Und jetzt hier sehen wir auch nochmal diese Shift-Gedrücktheiten-Funktion und haben das direkt, diese Halle der Ältesten, direkt an einem Haus rangekoppelt. Und auch dadurch kann die Zufriedenheit steigen. Wir sehen es jetzt hier. Wir brauchen Wasser, Meth, Nachbarschaftsbohnungen gibt es, die Weisheit. Und auch später halt, wie gesagt, noch weitere Gebäude, die das Ganze beeinflussen können. Gebäude können auch geupgradet werden. Dazu braucht man eben entsprechend Materialien. Ihr seht also, man hat in Frozenheim eigentlich immer was zu tun. Und das ist eigentlich auch das Schöne, wie ich persönlich finde. Und wir sehen jetzt auch, es gibt zwar verschiedene Rohstoffe, aber das Tutorial hat gesagt, hey, such dir doch mal bitte einen Clan aus. Und hier sehen wir auch schon, es gibt teilweise noch englische Sachen. Die sollen aber mit dem finalen Reefs behoben worden sein. Ich habe hier eine spezielle Presseversion gespielt, wo noch nicht alles zu 100% übersetzt war. Gehen wir aber einfach mal davon aus, dass es zum finalen Release fertig ist. Wir haben jetzt hier die verschiedenen Clans, die wir auswählen können. Also den Clan des Bären zum Beispiel. Dann halt hier den Clan des Wolfes. Und der generiert uns, oder diese Clans generieren uns verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel auch spezielle Einheiten. Hier den Berserker zum Beispiel, den gibt es nur beim Clan des Wolfes. Ich habe aber gedacht, naja, ich gehe mal lieber so auf den Clan des Hirsches, um so ein bisschen was in Richtung Ressourcen und Vorrat zu machen, damit wir nachher auch auf Masse gehen können. Und natürlich dazu sagen, wir sprechen hier vom Tutorial. Was brauchen Wikinger? Waffen. Und sie wollen kämpfen. Und dementsprechend gibt es eine Trainingshalle. Und in dieser Trainingshalle bilden wir neue Einheiten aus. Die kosten uns natürlich dann auch Ressourcen, klar. Das wäre ja sonst zu einfach, wenn Einheiten vom Himmel fallen würden. Manchmal tun sie das tatsächlich. Aber hier brauchen wir tatsächlich, oder müssen wir tatsächlich Einheiten ausbilden. Es gibt zum Beispiel auch Clans. Die können nachher eine Milizeinheit rufen aus Arbeitern. Die ist ja nicht ganz so stark, kann aber bei der Verteidigung des Dorfes durchaus hilfreich sein. Auch das sehen wir später noch einmal im Detail. Mir geht es aber erstmal darum, euch so ein bisschen so ein Gefühl für das Spiel zu geben. Und wie gesagt, auch hier an der Stelle nochmal, es gibt ein Gewinnspiel. Schaut im Discord vorbei. Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einen von zwei Keys gewinnen. Wir sehen jetzt hier übrigens auch die verschiedenen Einheiten. Wir können Axtkämpfer ausbilden, Bogen schützen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Einheiten. Und hier sehen wir sie jetzt auch beim Training. Ist schön animiert. Also ich finde, die Animationen wirken sehr rund und flüssig für so ein Strategiespiel. Die Einheiten sehen manchmal aus wie so eine kleine Armee aus Klonkriegern. Ich muss aber auch dazu sagen, das hat sich im Laufe des Early Access doch ein bisschen geändert. Das war nämlich auch ein Punkt, den ich im Test von der GameStar, den verlinke ich euch auch unten nochmal in der Videobeschreibung, auch kritisiert habe. Und ich habe halt auch gesagt, naja, die Einheiten sehen halt schon irgendwie alle ziemlich gleich aus. Und das war so ein Punkt, was ich nicht so gut fand. Und vor allen Dingen bewegten sie sich auch alle einheitlich. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Wobei über die Bewegungsanimation müssen wir nachher auch nochmal sprechen. Denn manchmal stehen die Krieger einfach irgendwie hilflos rum. Und kämpfen aber trotzdem. Also das ist so ein bisschen, da habe ich gedacht, da stimmt vielleicht was noch nicht zu 100%. Aber auch das sind halt kleinere Details. Ich meine, wir sprechen hier von einem Strategiespiel und nicht von einem Third-Person oder First-Person-Shooter. Wo man das durchaus nochmal eher kritisieren kann, aus meiner Sicht. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Siedler zu rekrutieren. Und mit diesen Siedlern können wir Außenposten bauen. Und diese Außenposten erweitern unser Gebiet. Kann manchmal auch ganz hilfreich sein. Gebäude können wir übrigens aufwerten, indem wir auf diesen Pfeil über dem Gebäude klicken. Dadurch lassen sie sich dann aufwerten, haben mehr Platz für weitere Bewohner, kriegen eine neue Optik. Aber kosten natürlich auch entsprechend Ressourcen. Wer schon mal ein Strategiespiel gespielt hat, sei es irgendwie Age of Empires, Empire Earth oder andere, wird sich auch relativ schnell mit der Einheitensteuerung zurechtfinden. Linke Maustaste gedrückt halten, kann man Einheiten hochziehen, also ziehen, zusammenziehen. STRG 1, um Gruppen zu bilden, also 1 bis 9. Damit können die Gruppen bilden. Und hier platzieren wir jetzt einen Außenposten. Dazu haben wir eben unsere Siedler. Und diese Außenposten wird dann eben entsprechend hochgezogen. Ja, das so erstmal zu den Grundlagen von Frozenheim. Ich weiß, es ist eine ganze Menge. Es gibt diese auch eine Kampagne. Auch da schauen wir nochmal im Detail nochmal rein. Die Kampagne fängt auch ziemlich klassisch an, macht auch Spaß und man hat halt Lust weiterzumachen. Erwartet jetzt aber keine AAA-Story mit noch nie dagewesenen Sachen. Das bitte nicht. Aber sie macht Spaß, man kann sie gut verfolgen und spielt sich sehr, sehr, sehr angenehm. Es ist mir aufgefallen, ups, wir brauchen natürlich auch Arbeiter in den einzelnen Gebäuden. Darauf müsst ihr natürlich auch ein bisschen achten und gucken. Und hier laufen jetzt unsere Krieger los. Es gibt nämlich manchmal auf der Karte oder in der Welt gibt es halt, wie wir es jetzt hier sehen, so Tore oder auch andere Events. Jetzt so ein Schubkarren hier. Und hier ist jetzt ein zurückgelassener Eisenstapel. Unsere Einheiten sammeln das automatisch ein und zack, wir kriegen die Sachen gutgeschrieben. Es gibt auch noch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel kleine Dörfer, die da irgendwo stehen und dann kriegen wir Sidequests angeboten. Und das finde ich eine coole Mechanik, dass wir auf der Karte während der Erkundung auch noch auf neutrale Einheiten stoßen und die uns halt sagen, hey, wir werden gerade von Banditen bedroht. Könnt ihr uns vielleicht helfen? Und dann erscheint wie jetzt hier so ein kleines Ereignisfile und dann sagen die, naja, also dann kannst du helfen. Oder du zahlst halt eben zum Beispiel mit Warn, wie jetzt in diesem Fall. Und wenn wir das machen, dann wird uns Durchgang gewährt oder wir kriegen andere Belohnungen. Und jetzt kommen wir auch zur ersten Schlacht, denn wir müssen jetzt hier das Haupthaus oder das Haus des Jarls von einem anderen Clan zerstören. Und jetzt sehen wir auch ein bisschen den Kampf. Und ich war vielleicht ein bisschen vorschnell, weil wir waren doch ziemlich in der Übermacht. Wir haben jetzt hier hinten auch die Belagerungsmaschinen. Die Belagerungsmaschinen müssen übrigens von Einheiten bemannt werden. Und jetzt sehen wir mal hier so einen Kampf aus der Nähe. Und hier kämpfen sie alle noch ganz normal. Wobei, motiviert sieht anders aus beim Feind oder beim Gegner. Aber ich meine, gut, die haben sich jetzt auch schon mal hingelegt. Und auch hier haben wir jetzt so einen Fall. Die eine Einheit wirft Fackeln auf das Haupthaus des Jarls, wurde aber parallel dazu auch noch angegriffen. Und, naja, irgendwie haben sie sich dann plötzlich nicht mehr verteidigt. Das war aber tatsächlich das Tutorial schon. Also, wie ihr seht, ein kurzes Tutorial, das uns die Grundlagen erklärt. Und ich habe dann gedacht, jo, gucken wir mal, was wir noch machen können. Wir können, wie gesagt, Gefechte führen. Da geht es halt darum, einfach, ja, ganz klassisches Gefecht zu führen. Wir können Überleben machen. Da kommen dann Einheiten, Wellen und wir haben hier Stadtbau. Und der Stadtbau ist, wie gesagt, da kann man einfach frei bauen, wie man lustig ist. Wir können hier verschiedene Karten auswählen. Und es gibt halt, wie gesagt, noch die Kampagne. Die Kampagne Niedergang, damit fängt man an. Und wir sind ein junger, leidenschaftlicher Jarl. Und, ja, wie die Kampagne aufgebaut ist, zeige ich euch tatsächlich dann doch nochmal in einem zweiten Video. Also, wie gesagt, ihr könnt einmal, oder ihr könnt einen Key zu Frozenheim gewinnen. Schaut gerne im Discord vorbei. Und im nächsten Video zeige ich euch dann die Kampagne zu Frozenheim. Ich weiß, es war ein sehr kurzer Eindruck von Frozenheim. Schaut auch gerne in die Beschreibung nochmal rein. Da ist auch nochmal ein Link zur Steam-Seite. Und, ähm, wenn ihr Bock auf mehr Frozenheim habt, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht habt ihr ja auch Bock, das Spiel dann zu spielen. Wie gesagt, ist erschienen am, oder erscheint heute am 16.6., 16.6., 2022, um 17 Uhr. Also, danke fürs Einschalten. Und, äh, wie gesagt, denkt an das Gewinnspiel. Link unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.